Oh, es geht los. Oh, es geht los. Der eine ist ganz allein. Die zwei Reiter, die gehen auch ins Wasser. Bei eins rennen wir. Zu viele, zu viele, zu viele laufen, oder? Ich bin schon im Wasser. Zwei Reiter neben mir. Das wird nicht. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Er fehlt, er fehlt. Da werden aber die mit der Shotgun und so gleich hinkommen. Äh, die... Ist da jemand langgelaufen? Ich weiß es nicht. Ne, da ist keiner. Doch, der Laufmärchen zum Er fehlt. Lass, vergesse es. Laufmärchen. Lass, lass an die Map rein gehen und unsere Shotgun holen, bei Alpha 7. Zwei sind schon da und drei sind schon da und. Ja, zum Glück sind wir nicht da hingegangen, ey. Hast du die Pistole? Jupp. Ja, bis wir nur da sind, bevor die mit dem Auto kommen. Filrow, Steckdose, Madmac. Hey. Wer hat die ganzen Kills hingekriegt? Ah, der Madmac hat auch einen gebraucht. Helfer hat auch einen gebraucht. Aber wir sind auch tot, irgendwie. Ja. Saumont hast du ausgemacht? Was? Saumont hast du aus? Jaja. Gut. Ich laufe weiter nach Westen schon. Hier ist nix. Komm nach. Ich bin heute nach Westen gelaufen. Komm, wir laufen am Merklerrand entlang. Ja. Vielleicht ist ja auch nicht nur eine Shotgun, vielleicht irgendwas cooleres sogar. Diesmal. Kann man hier im Mittelgang? Nichts. Ich laufe jetzt hier durch den Mittelgang, nicht ganz am Rand der Map. Ich laufe auch im Mittelgang. Komm. Achso. Oh, vor mir ist Gegner, oder? Fuck. Ich bin nicht bei dir, ich bin nicht bei dir, ich bin nicht bei dir. Bist du gerade nach Nordwest gelaufen? Ich bin nicht bei dir stehen. Ich bin stehengeblieben. Du bist nicht bei mir, du bist um am Arsch der Welt. Ich bin jetzt am Merklerrand. Wo bist du? Komm zu Merklerrand. Ich bin am Merklerrand. Wo bist du? Wo bist du bei Merklerrand? Du bist nicht bei Merklerrand. Ich bin bei Merklerrand. Ich würde dich sehen. Dann habe ich hier gerade einen Gegner gesehen. Blau, ja. Wo bist du? Ich habe einen Shotgang gefunden. Sehr gut. Hier ist, ich habe einen Gegner gefunden. Ich bin bei dem House of Pain, ja. Ich komme jetzt zum Mittelgang. Verdammt, wo bist du, Mann? Wo bist du eigentlich langgelaufen? Ich bin jetzt zum Mittelgang. Ich bin jetzt zum Mittelgang. Welcher Mittelgang? Das ist ein Tausend Mittelgänger, Alter. Der Mittelgang direkt neben der Merklerrand. Jetzt bin ich am Merklerrand. Ich sehe dich nicht. Ah, da. Das bin ich. Scheiße, du bist ja ganz hinten langgelaufen. Da war der Gegner hier. Einen Gegner habe ich gesehen. Das ist schon eine Shotgang. Sehr gut. Der ist hier rein. Hat gegangen. Hat hier gecheckt. Hast du das Haus of Pain gecheckt? Ja, da ist nichts. Der Gegner war hier. Ich stelle es mal. Der ist jetzt in dem anderen Mittelgang, hier Nordost. Der hat dann was Blaues an. Das war mir nur einer. Ich meine, ich habe die Shotgang zu früh gefunden. Ich glaube, die eigentlich normalerweise ist die erste. Da müsste noch eine sein, da hinten. Ja, hier ist das nächste, woran wir gehen wollen. Da haben wir die, glaube ich, das erste Mal gefunden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich schieße es ja nicht. Ich habe eine, habe eine. Hast du? Gut. 28 Schuss. Ja. Ich habe 24. Das ist genau. Das ist alles am selben Platz. Scheiße. Jetzt lass mal irgendwie an Sachen suchen, wo wir noch nicht waren. Was? Das ist immer eine bessere Waffe. Lass mal immer suchen, wo wir jetzt noch nicht waren, weil wir, da wo wir gesucht haben, ist immer nur Scheiße gefunden. Ja, ja, ja. Wollen wir ja nicht gesucht. Irgendwo in der Mitte. Irgendwo in der Mitte. Irgendwo in die. Die haben jetzt alle ihre Waffen schon. Ja, aber anfangs bauen ja nicht so harte Waffen. Wo bist du langgelaufen? Ich bin jetzt hier gerade nach Essen gelaufen. Da läuft ein Gegner. Auf 75 über die Straße. Ist jetzt bei den Autos da vorne irgendwo verschwunden. hinter den Autos? Ne, der ist nach Osten. Der läuft, der läuft, der läuft. Hinter, ja. Der läuft nach Osten, ja. Lauf. Der kommt hier vielleicht. Oh fuck, fuck. Ich lauf hier rein, ich lauf hier rein. Das war Nummer 4. Ja. Wo bist du hin? Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ich komme jetzt auch auf die andere Seite. Ich treffe uns da, wo wir die Shotgun gefunden haben. Was? What the fuck? Da, wo wir meine Shotgun gefunden haben. Ich sehe dich. Bist du das da vor mir? Ja. Vor mir? Ja, 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 ja. Die Enfield kam aus dem House of Plain irgendwo im Norden. Ja, ja, ja. Der chillt da drin. Der blaue Penner ist abgehauen. Der ist nach Südost gelaufen. Ja, der hat auf den blauen Penner geschossen, der Enfield-Typ. Echt? Ja klar, der hat ja nicht auf uns geschossen. Muss nicht. Der hat auf den Enfield-Typen geschossen. Äh, auf den blauen. Die Tankstelle checken? Ja, komm. Hier zwei Dinger hier, mal gucken. Weil, look, hier ist der große Platz halt da. Das ist noch nicht der ganz große. Ja, 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 ja. Kann noch schnell springen drunter, checken. Medikit. Mit? Epi-Pens ohne? Nein, 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 ohne. Komm zurück, ich liege hier, ich bin hier vorne. Wo vorne? Siehst du mich? Siehst du mich? Ja, ja, ja. Ich gehe zur Tankstelle. Geh, ich sehe dich. Also ich bin jetzt, ja. Ich komme jetzt raus, um die Ecke, ich komme jetzt um die Ecke. Gleich. Jetzt. Okay. Ja, da vorne ist ein House of Payne auf dem Südosten. Abchecken? Ja, ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich glaube, ich habe was gesehen auf dem Osten, aber eigentlich nur eine Einbildung. Da ist jetzt der große, das ist jetzt der große Markt, oder? Ja. Da haben wir es versteckt. Hier, oberes Stockwerk hier abchecken. Cool ist. Nichts. Ich bin noch nicht drin. Nut Launcher? Naht Launcher, was für ein Nut Launcher? M79. Einfach nur ... Ohne, ohne bauung, in Highpower Pistole. Mit Nahtraps. Ich komme jetzt rein, ich komme jetzt rein. Wann brauchen wir das Ding? Schau's dir mal an, schau's dir mal an. Ich glaub nicht, man. Ganz im Ernst. Wie viel Schuss hat das Ding? 19. Nee, man. Im Nahkampf kannst du knicken, man. Gegner, Gegner, Gegner. 120, hol die Nade, hol das Ding raus. Verstanden. Er sieht uns, er hat immer schon... Ost. Guck doch hier. Ost, Ost wo? Ost, 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 der ist da weitergerannt. Fuck, gegen den Baum geschossen. Der hatte irgendwie AK schon oder so'n Scheiß. Ich geh mal runter schonmal. Er ist, glaub ich, ins Haus noch Fan dran. Fuckin' shit. Wir sind hier weg, weißt du was? Ja. Komm, ab ins Haus of Pain. Welches Haus of Pain? Der ist im Süden. Ich komm jetzt runter. Ja. Wo bist du, wo bist du? Ich deck nach Süden, ich bin im Süden. Ich bin jetzt hinter dir. Go, 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 go. Ja. Das ist Jav Gato ist tot, oder? Das keiner wischt, oder? Ich meinst du? Glaub ich nicht. Sonst hätte ich nicht gehört, wie er geschrieben hätte. So, jetzt ist hier keiner drin, einer sind drin sein. Und jetzt wissen die eh das, wo die Handlung zu laufen. Geh angelegt, gehe angelegt, gehe angelegt. Ich bin hinter dir und lege angelegt hinter dir. Nix. Geh rein da. Nix, nix, nix. Nix. Wir hätten den Nade Launcher hier hinbringen müssen und weißt du, und von hier aus dann hier campen und rumspammen, wobei hier ist nicht so gut aussieht. Doch vom Dach aus, theoretisch. Schreißt du, was ich meine? Ja, dann meinst du dann. Ja, dann holen sie doch. Ja, dann holen sie doch. Ja dann lass ich dich hier liegen, meine shotgun. Laufst du mit mir mit? Kannst du mich wenigstens verteidigen? Ja. Oh fuck, Alter, das ist Selbstmord, aber... Wenn der Typ da jetzt hinläuft. Komm, lauf vor, lauf vor. Ja, wir haben nämlich verlässt dann. Ja los, springt. Ich kann nicht. Wir müssen jetzt rüber springen. Wir können aus dem Filz dann immer gucken. Und wenn einer kommt, aufs Dach, runterballern und wieder um die Fenster. Ja, ist noch da. Sonst, also kein Nordostangreifen nochmal da? Nein, nein. Was soll er sein? Da ist der Typ, ist ja reingelaufen, da ist nichts mehr. Ja, alles. Komm, zurück. Ja. Komm, mit, komm, mit, mit, mit. Ja. Ist da was voraus? Bitte nicht, nein. Geh um die Ecke, geh um die Ecke. Angelegt. Los, 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 rein da, rein da, rein da. Bitt noch da. Einer deckt den Eingang hier vorne, einer guckt raus. Ich hab den Einer. Das Problem ist, wenn ich jetzt so stehe und einer kommt, dann killst du mich. Leg dich hin oder so. So? Ja. Ich schau mich um. Nicht mehr bewegen. Bis 10 vor 10. Und? Musst du weg gleich, oder was? Nein, bis 10 vor 10, wir werden campen. Ach so, ach so. Ah ne, bis, äh, bis 10 vor. Egal, ruhig. Shotgun im Südosten, ne, im Nordosten. Nord-Ost, Nord-Ost. Wir sind so aufgerüstet, außer uns. Kasparos ist da an. Ja. Shotgun haben wir auch. Pistole sind Westen. Ne. Nordwesten, Norden. Die haben doch gar nicht das Spielfeld geschränkt, ne? Ne. Okay. Ja, gerne, da lassen wir wirklich jeden Scheiß drauf. Dann verstecke ich erst nicht. Gar nicht erst. Aufs Dach höchstens legen, oder so. Ja, das ist nicht wirklich ne Gefahr. Wird eh keiner mitnehmen. Kannst euch nur solche Aktionen machen, wie wir jetzt. Unhoffen, dass einer kommt. Tsch, schritte. Unter uns. Tsch, tsch. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ne, mir kotzt einer. Nordwesten ist der. Der war da hinten, Nordwesten. Der kommt, glaub ich, gleich. Warte. Der hat sein Bett gebrauchen. Deck weiter. Ja. Fuck, kommt er wieder her. Das ist östlich von uns. Oh, die sind hier unten. Hier unten ist die gleiche. Und der andere ist auch tot. Die haben sich gegenseitig umgebracht. Ne, ist noch einer. Ist noch einer. Ja. Deck, 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 deck. Ja. Da rein. Ich hoffe, das hat er endlich gehört. Ich glaub, ich kann die Leiche sehen von einem. Ich glaub, er kommt. Hat er dich? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Das war Rage. Mit Astor. Scorpion, Unlad, Un-Lad. Und RKG. Good work, good work. Halt weiter, halt weiter. Das müssen wir eh weg, oder? Ich hab ihn im ersten Schuss nicht getroffen, Alter. Lass, 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 lass. Halt weiter. Wir müssen hier noch. Weiter halten, einfach nur. Ich hab ihn in den Raum. Ich geh mal ganz kurz aufs Dach. Ja. Hat er dich verletzt? Ne. Ne. Ich check ganz kurz hier nochmal die Leiche von ihm ab. Wir können gucken, was für eine Waffe der hatte. Einer hatte eine AK auf jeden Fall. Okay, hier ist keiner. Ich glaub, die sind alle tot. Sollen wir hier raus? Ja. Ja, wir müssen eh raus. Okay, ich geh vor. Sks war das. Scheiß auf die Sks. Scheiß auf die Sks. Ich will aber ein Sks. Was willst du? Sicher? Ich find die saugeil. Im Nachkampf jetzt zu sterben, halt. Also, ich hab ihn an dem scheiß Outpost. Wie viel Munizierung hat die noch? Ein Magazin. Na, dann hab ich halt hier. Shotgun. Scheiß, man. Nimm die Shotgun. Nein, das ist noch ein Ausupen auf Nordosten. Da, wo der Typ kam. Das ist noch vor, ja. Sollen wir mal reingehen? Ja. Weitline. Komm, wir gehen durch diesen Kompad hier. So, noch mal da oben checken, vielleicht ist was gespawnt. Ich mach das. Ich hasse diese Straßen in einer AK und zieht sie mir tot. Geh mal auf die Rampe, ich gehe unten in diesen Tunnel. Clear. Clear. Ich komme zu der Gruppe. Oh, oh. Das ist noch ein Mann. Da ist noch ein Mann. Das ist das Garage. 50. Das ist ein Mann. Das ist die Welt. 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 Ja. Ich weiß nicht, ich habe womöglich was auf 210 gesehen. Ich sage das nur Vorsichtshalber, dass du drauf wachtest. Aber mit der Wahrscheinlichkeit nichts. Hier liegt eine Enfield neben mir. What the fuck? Ist immer gestorben. Flashbang. Scheiß auf die. Haus auf die. Okay. Sprinte diesmal. Oder, ja, ich weiß nicht. Clear. Okay, ähm, Garage. Gar. Die Enfield ist auch genau gleich wie der Schock kann. Du triffst dann hier und hast, na gut. Auf Nahkampf ist die Aktion. Nee. Weiß nicht. Jawa. Wann hast du gesagt? Oder wollen wir E-Werk? E-Werk. Lass mal mal checken. Komm mit. Gleich weg zurück. Komm. Lass links gehen, oder? Ja. Oh, ich habe Gegner im Westen beim House of Pain an der Treppe unten. An der Treppe unten rechts und hinterm Auto war er eben. Und da ist einer auf dem Dach, glaube ich. Ist da einer auf dem Dach, oder ist das Schornstein? Wo bist du denn? Ich bin immer noch, ich bin stehen geblieben, da wo wir raus kamen, grad auf die Straße. Am House of Pain an dem wir eben waren, an dem House of Pain an dem wir eben waren, unten an der Treppe einer. Oh, bist du das, bist du das, bist du das, bist du das? Ja, ich bin das. Fuck. Südlich, süd, westlich, westlich war einer. Okay. Verstanden? Hä, was ist westlich? Westlich, da hinten ist ein House of Pain. Da unten, da war da eben einer. Siehst du den nicht, das House of Pain? Ach, da war einer. Unten, bei der Treppe, bei der Treppe war einer. Er hat mich, glaube ich, auch gesehen. Er hat mich auch gesehen, hundertprozentig. Lass jetzt hier nach Nordosten gehen, oder? Richtung E-Werk, da ist das E-Werk, Nordosten. Jaja, ich dachte du meinst, der ist im Osten. Nein. Direkt hier. Komm mit, sprint rüber. Ja, ja, ja. Der ist auch nach Norden gegangen, der ist nach Norden gegangen, so wie ich das gesehen habe. Oder er ist noch im House of Pain, keine Ahnung, ist mir scheißegal. War für gesehen? Ich hab keinen Bock auf den. Was hast du? War für gesehen? Das ist negativ, ich hab nur einen Schatten gesehen, also ich hab nur ein Movement gesehen. Hier im Garage. Oh, ist das laut. Oh fuck, Alter. Das ist ein Gary. Was ist denn hier? Er hat mich bestimmt gesehen. Ist das an der Tonne vielleicht? Ja, ja. Ich hab Muni gefunden nur. Wo ist mein Kit denn? Wo ist mein Kit denn? Fuck. Na? Ich hab ganz AG gedrückt. Mein Kit ist weg. Weg? Ich kann's nicht mehr finden. Ich hab ganz AG gedrückt. Und jetzt, wenn ich wieder AG drücke, ich hab nur Munition. Scheiß. Fuck. 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 Ja, wir haben einen schönen Verkehr, komm. Wir finden noch eins. Das ist Bullshit, ey. Hier ist ein Check, da gibt's vielleicht was. Nach Nordaus. Ah, nein. Das muss doch irgendwo sein. Komm mal kurz. Nein. Soll ich echt liegen lassen? Geh mal rein und drück mal G. Die ganze Zeit. Dann ist mein's auch weg am Ende. Nein. Dann schiebst es auf. Ne, WTF. Scheiße. Ich hätte nicht G drücken dürfen. Ja, dann schrei weg, komm. Ost 75. Hier geht's nochmal Sachen zu wollen. Was ist hier? Ist hier was? Ne. Komm mit. Da ist nochmal die Rampe. Ich muss uns jetzt beeilen. Ich muss schnelle Knarre finden. Nichts. Die sind so gefickte, ey. Fuck ey. Das ist nochmal zwei doppelsteckige Häuser hier. Ich verspreche nicht mehr Sprinten. Drei doppelsteckige Häuser. Wir nehmen das erste hier nur den Osten. Oh, fuck. Ost. Ja, check-ausschüssen. Wie gut nach. Ich bin zu 100,200 Meter. Ah, G3, komm. Oh, fuck. Oh, fuck here. Oh, ich will hier nicht runterfliegen. Gut. Oh, fuck here. Gut. 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 Andere stöckige Gebäude auch noch abchecken. Komm mit. Komm hier lang. Oder da lang. Okay, da lang. Na legal. Nichts. Okay. Da ist noch eins im Westen. Komm runter. Ich warte hier an der Treppe. Auch nichts. Auch nichts. Okay. So, wir das im Nordosten noch abchecken. Komm mit. Ja, wenn wir nehmen, was das gleiche war, wenn wir nicht. Ich weiß, wie ich das gleiche bin. Ich bin hier in der Treppe. Nee, Galil. Galil? Ja. Neh mit. Damit sind wir ganz gut bestückt, glaube ich. Gefühlen. Mehr, besser das kriegen, glaube ich nicht. G3 ist Todesalter im Nahkampf. Also, im Grunde können wir jetzt Jagd gehen. Wir sind bereit für den Endfight. Aber ich habe so ein Gefühl für Verreckung, gleich ganz unglücklich. Bestimmt irgendwo, von irgendwo, wo wir es nicht sehen. Aufschlossen. Nade Trap. Mal wieder. Tch. Deswegen, ja. Abstand halten, Alter. Das wäre episch, wenn wir beide durch eine Nade Trap schlägen. Hast du noch Vollauto? Wo? Sollen wir Norden noch checken? Norden, ja. Komm. Vielleicht ist da ja eine, weiß ich was. Eine Säge oder so. Also, ein Mega. Oder ein Sniper. Ah, Sniper ist eigentlich scheiße. So willst du Sniper. Sniper darf man campen. Ich bleib wieder unten. Nichts. Okay. Häuser abchecken hier vorne. Mhm. Nicht so leicht. Du checkst die Räume. Nicht so leicht sie nicht reinlaufen. Sauber. Achte auch, nach Süden. Sauber. Die ist nichts. Ich glaube, es kommt auch nichts. Wir haben hier noch nie was gefunden. Hm. Liegt da mit Kipp? Ich weiß nicht, kann sein. Ich glaube nicht. Kommt schon sterbt hier. Panner. Ist doch gerade wo ich nicht wieder holt. Wir haben nur gestorben. Alles Gute noch sehen. Das gibt's ja nicht, man. Wieso sind da keine Firefights? Mich regt das richtig auf. Das kann auch nicht sein, dass sich keiner sieht. Ich hab keinen Bock gegen tausend Leute zu spielen. So, wir campen hier kurz. Abwarten. Ein bisschen. Damit die sich ein bisschen umbringen. Latt. Hier ist eine Latt. Lass, wo ist die Latt? Da. Ah, siehst du die nicht? Nee. Dann hält man die lieber nicht auf, sonst verschwindet. Die auf dem Sofa. So, genau die gleiche Latt, die wir damals hatten. Ich seh da nichts. Krass. Lass die einfach liegen. Scheiß drauf. Die ist auf dem Sofa. Kannst dich doch erinnern. Naja, aber ich seh sie nicht. Ich guck mal ein bisschen vom Dach runter. Ich gucke auf die Zeit. 20 nach. Fuck, mein Hund wird sich bald einscheißen. Egal, muss er sich halten. Der Hund wird sich bald einscheißen. Moline kille, sag mal an. Wer wird sich einscheißen? Der Hund? Meine Freundin, ich muss da eigentlich noch hinfahren. Ja. Nee. Sollte warten. Offiziell lerne ich. Jo. Oh, fuck. Nein, es ist bestimmt nichts drin in dem Haus auf Bühne. Feuer sieht aus. Stirb, 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 stirb. Der schießt eure Munition. Alter, der hat einmal gerade richtig lang geschossen und nichts passiert. Einmal am Magazin hat er verschossen schon mal. Hast du gehört, was es war? Nee. Wenn wir jemanden sehen, dürfen wir ihm auf keinen Fall folgen. Der wird an der Ecke warten und bis wir um die Ecke kommen. Also wenn wir jemanden sehen und wir ihn nicht beim ersten Mal killen, scheiß auf ihn. Sonst sind wir tot, wenn wir hinterherlaufen. Oh, außer kann man. Genau. Ja, dann wird er aber nicht warten. Und dann eine Night Trap legen in die Ecke. Genau. Wir hätten unsere Shotguns verschecken sollen und nicht da oben liegen lassen sollen. Meine ist ja verschwunden, ja. Schnellt. Gut. Deine. Oh, scheiß nicht. Checkt man das Haus hier nochmal? Ich laufe hinterher. Ist das hier der Markt? Am Eckgebäude? Entfiehlt. Flashbang hat die hier. Mit Flashbang. Den kann man ausprobieren nochmal, wie der aussehen. Aber nicht mehr auf. War schon zu einer Flashbang. Jedes Mal. Jedes Mal. Wer? Träger ist da oben. Träger ist da oben. Aber Muniki hat sich wieder wieder geholt. Der ist wahrscheinlich mit zwei anderen Tomen vorgegeben. Jo. Sehr fein. Ja. Objektiv. Jetzt rufe. Ich kucke gerade noch Träu. Senn commend Dir. Ah, das ist ja R Scriff. Ich kucke leider. Nein. Wie viele Spieler waren am Anfang? 30? 20. Er hat ein Drittel gerade mal tot. Ja, muss man checken? Ja. Das war... einer lebt noch von denen. Ich weiß. Hab ihn. Geil. Das hat mich gekillt. Shotgun? Nein, Mann! Ja! Ich wünsche euch noch viel Glück, Leute. Geil. Warte. Die reden gerade im Ampel über mich. Ich hatte ungefähr 20 Disconnects, bevor ich jetzt endlich da war. Ja. Das ist so scheiße. Ihr habt euch doch noch ein Drittel euer Video, oder? Ja. Und... Äh... Dieses blaue... Dieses blaue Zelt, wo... Wo der... Ja. Der ist noch da. Auf! Ich freu's euch! Hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Ja, wir haben eh verloren, von daher... Ich hab's jetzt nicht geschaut, aber okay. Habt ihr jemanden gechillt oder so? Ja. Ja. Das hat niemand... Ich glaub, ich hab Rage erwischt. Ich hab mir deine Galil geschnappt. Die bitte? Ich hab mir deine Galil geschnappt. Laber nicht so viel, bitte. So, warte. Wo ist das Zelt? Wo ist das Zelt? Wo bin ich? Ich lauf jetzt. Ich lauf jetzt. Ist mir schluss egal. Ja, lauf die Map. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Schau doch auf die Map. Wir waren ja bei so nem kleinen. Ich weiß nicht, ich kann nicht auf die Map schauen. Diregier mich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab die Map auch nicht. Ah, sehr gut. Ist EGL eigentlich. Wo war's? Oder wo war das? Hinter mir. Keine Ahnung. Von hinten hat er mich erschossen. Gut.